Schütze, was du liebst, ist für uns bei Cosmos Direct nicht nur ein Slogan, sondern eine Lebenseinstellung. Schütze, was du liebst, das ist ein ganz, ganz elementarer Bestandteil, ein menschliches Bedürfnis, Schutz und Sicherheit zu haben, aber auch Schutz und Sicherheit den Liebsten zukommen zu lassen. Und das ist für mich ein ganz, ganz starkes Motto, das mich jeden Tag auch nochmal hier motiviert. Schütze, was du liebst, ist für mich absoluter Alltag. Ich als Mama habe immer damit zu tun, darauf aufzupassen, dass es meinem Kind gut geht, dass es vorankommt, dass es ihm an nichts mangelt. Und ich glaube, das ist etwas, was so gut wie allen Kunden das Allerwichtigste ist, wenn sie auf uns zukommen. Mit unserem Motto, schütze, was du liebst, verbinde ich ein Gefühl. Das Gefühl, das man haben sollte, nachdem man eine Versicherung abgeschlossen hat. Keiner will, dass ein Versicherungsfall eintritt. Aber es ist einfach gut zu wissen, dass man, wenn es denn mal wirklich so weit kommt, einen starken Partner an seiner Seite hat. Ob das jetzt die Familie ist, theoretisch die Freunde, ob das sein Haus, dein Eigenheim ist oder ob das größere gesellschaftliche Themen sind, die uns alle heutzutage betreffen, wie Bildung, Demokratie, Freiheit, wo wir natürlich unseren Beitrag dazu leisten wollen, wenn wir können. Gerade das zeigt halt nochmal, dass Kosmos direkt schützt. Wir schützen, was wir lieben, unter anderem unsere Werte. Und das finde ich super toll. Wir helfen Existenzgründern, indem wir zum Beispiel Workshops anbieten, um sie über bürokratische Hürden zu helfen. Wir zeigen denen, wie man was macht oder zum Beispiel auch bei Bewerbung schreiben. Es wäre fatal oder sehr schade, wenn Menschen an einer Bewerbung scheitern würden, weil sie diese nicht so gut schreiben können. Und in denen stecken vielleicht unglaubliche Potenziale. Das wäre sehr schade drum. Eine Aktion, die mich sehr bewegt hat in diesem Jahr, war die Frauen- und Versicherungsthematik. Weil gerade das Thema Frauen und Finanzen, Altersarmut, das ist so ein wichtiges Thema. Und ein Hauptgrund, warum das eben passiert ist, dass Frauen sich nicht damit auskennen oder gesellschaftlich halt oft der Mann sich um die Finanzen kümmert. Und wenn er nach 20 Jahren die Trennung kommt, dann sitzen Frauen halt einfach da. Und dass wir halt unseren Beitrag als Versicherer leisten können, das war richtig toll. Das ist genau das Motto, mit dem ich mich voll identifizieren kann. Und wir arbeiten tatsächlich 24-7 für dich und wir wollen schützen, was du liebst. Das ist genau das Motto, mit dem ich mich voll identifizieren kann.